Achso, doch, hier, ist alles in die Kiste gerollt. Ich werd, nee, das verbrauch ich jetzt nicht. Nee. Warum? Komm, Tyrox. Muss ich dich wieder in die Ohren ziehen? Tyrox, komm! Oh, warum ist das? Oh, warum ist das? Klettersteller! Nein! Kletter, ich bin gleich down. Ich überleg grad, gab's hier noch was? Ich bin gleich down. Auf! Kletter, kletter, kletter! Oh, scheiße, es kommt zurück. Ich bin down. Danke, Tyrox. Wo bist du? Ich bin down. Das ist oben festgebackt und hat mich... Och, Kinder, was macht ihr denn? Ach, wir furzen nur ein bisschen rum, wir spinnen nur mit ein bisschen Trompete. Explosives ist für kleine Tyrox nicht gut. Gut. Ich mag mich dann. Okay. Oh, Dynamit ist ein bisschen hergesprungen. Ich bin eine Dynamit-Bende. Für Tyrox ist das nicht krachen, Dynamit ist nicht zum Lachen. Ja, aber... Alter! Melvin, wenn er eine Dynamit-Stange in der Hand hat, hat er einmal was Hartes in der Hand. Das ist doch ein Volksallibus für... Und dann zündet er das an. Und dann wird's richtig ungemütlich. Warum? Nur so. Nur so. Warum? Nur so. Nur so. Vor allem... Hier, wo seid ihr gerade? Ich bin noch... Ich bin noch... Ein bisschen... Ähm... Vorsicht! Dynamit-Feld! Oh! Oh! Ach Gott. Seid ihr schon draußen eigentlich? Warum? Ach, ich frag noch. Also, ich seh euch noch. Gab's noch irgendwas? Gab's eigentlich noch irgendwas in der Höhle? Ich weiß das gar nicht. Tyrox, jetzt komm mal wirklich hoch. Wir müssen noch mal zum Kompass. Warum? Unsere Karte. Warum? Ach so. Wir wollen den wir nicht haben. Ja, dann sag das doch. Jetzt mal so ne Frage. Ja, die ist mir auch gerade jetzt wieder eingefallen. Das ist... Keine Ahnung, in welche Richtung. Ach, ich geh wieder zurück. Du kannst doch die Map benutzen. Du kannst hier schauen. Boah, Alter. Alter, Tyrox, sprengst du da immer noch? Äh... Was war das hier? Ne, das nicht. Ich spreng dich echt noch selbst in Wiflung. Ich muss jetzt gerade selbst überlegen, äh, wo lang. Ich komm da nicht runter. 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 Könnte ich. Da blick ich noch nicht durch. Warte, die Aufnahme ist an, oder? Ja. 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 Oh, ich hab einen Kopf. Ich hab Timmis Kopf gefunden. Stimmt ja. Der fehlt immer noch. Äh... Jetzt wird es Zeit kommen. Ne. Komm wieder hoch. Zeit fürs Dynamit spielen ist vorbei. Es gibt Essen. Männchenfleisch? Ja. Oh, Mittagessen. Ich mag Männchenfleisch. Also das ist auf jeden Fall nicht die Höhle, wo wir rein sind. Und zwar gibt's gehacktes Tile Rocks. Oh. Also was ich davon halte. Hä? Oh. Ne. Renn. Renn um dein Leben. Gefäck. Gefäck. Leben. Renn. Hä? No. Wisschen Elkos. Wir müssen nicken, ja. Ähm, ich bin gleich dauernd. Oh. Krass. Apropos, äh... Oh, ich ziehe mit's Kopf halt ich noch gar nicht. Oh, wow. Ich auch nicht, oder? Das ist mir so neu. Doch, für mich hatte ich den schon. Willst du ein bisschen wegziehen? Das, das, das. Hallo? Das kann ich ganz kurz wieder Alkohol einsammeln. Ich wollte Medizin geben, aber das ist auch okay. So. Dann schieße ich dich weiter ab. Da sind wir. Keine Steine. Ich werde handgreiflich. Ich werde handgreiflich. Ich werde handgreiflich. Melvin, dein Handy. Obwohl, das ist gar nicht so weit... Das ist weit weg. Mein Handy. ... 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 Music ... ... ... ... ... Alter, das wär ne selbstgebaute Bombe, ne? Das soll jetzt auch so wirken. Ich wär so geil gewesen. Bin durch. Oh, ne. Warum kann ich nicht? Warum kann ein Smell, wenn ich's nicht? Ist er vielleicht doch ein Mädchen? Ja. Nein. Wusstest du noch nicht? Nö. Ey. Darauf falle ich nicht an, Tyrox. Schön. Warum fällst du darauf nicht rein? Warte, Cassie ist immer noch ihr Charakter? Oh Gott, Tyrox ist immer noch. Ihr seid immer noch Schwestern. Das Problem ist, draußen ist Nacht. Oh, ne. Keine Wurge, Leute. Ich bin Springmeister. Ui. 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 So. Guckt mal, I love Travelman. Ui. Der lässt sich ein bisschen hängen. Ein bisschen gehen lassen hat er sich. Na, der hat sich ein bisschen... Der wackelt ganz schön hin und her, der Dude. Ui. Ui. Ich vertraue dem Tyrox mit dem Dynamit in der Hand nicht. Ich habe schon mal ne ganze Rüstung verloren. Also nicht mal ne ganze, aber... Ich hatte drei Stück. Geht das eigentlich irgendwann los? Oder zündelt das nur so lange in der Hand? Bis man's wirft. Weil, wen sucht der denn? Psst. Er sieht mich nicht. Leute, das ist voll sicher hier. Oh. Die ganzen Steine... Steine, die weggeflogen. Oh, ich steck grad an Cassies Hintern. Oh. Das ist sehr interessant. Melvin, komm her. Geh weg. Lass mich nicht mit dem allein. Ja, Mel... Ja, genau. Melvin, ja genau. Ach nee, das war Cassie. I. Warte mal. Könnt ihr euch mal gleich in der Base alle nebeneinander stellen? Nein. Wir... Doch. Ich muss... Ja, ich brauche noch die Einträge von den Toten hier. Kümmert euch mal. Los, Kinder. Ihr seid meine Kinder, beschützt euren Papa. Und war ein Satz mit X. Mensch, du läufst da noch rein. Was bist du für ne Lusche? Sag der, der auf dem Stein hockt. Ja. Ich meine, ich muss mir eigentlich... Oh, einer ist down. Ich muss eigentlich verarschen. Ich fliege seitlich. Ich fliege seitlich. Ich fliege seitlich. Oh, du liegst. Ja. Wo ist er denn jetzt hin? Ich weiß es nicht. Hä? Warum ist er gestorben? Weil es Tyrox ist. Vielleicht hat er es ja verdient. Wäre eine gute Möglichkeit. Wenigstens ist das Flugzeug nicht angebaut. Ja, das wäre etwas kontraproduktiv dann. Genau, beschäftigt dich mal. Ich brauche noch die ganzen Einträge hier. Macht ihr richtig so. Toll. Dabei seht ja alle gleich aus. Ich wollte ein Foto machen. Hä? Kannst du das immer noch machen. Mach ich in der Base. Nicht jetzt. Warum erschreckt sich die Cassie immer so? Das sind doch ihre Freunde. Oh, ich werde hier zusammen gemobbt. Richtig in die LG. Oh Gott, oh Hilfe. Au, au, au. Au, au, au. Nein, Sonic. Scheiss. Sonic. Sonic, nein. Ich bin Sonic, Alter. Ja. Sonic. Girox. Hä? Bist du wieder da? Sonic? Nee, der ist noch down. Sonic. Also ich habe hier drei solche Affen bei mir noch. Also... Danke. Nee, bei mir standest du. Das hat mich verwirrt. So. Der Pfeiler. Hey, der betet. Bete mich an. Bete mich an. Bete mich an. Bis Cassie kommt und ihn haut, dann betet der nicht mehr. Ja, warte. Den. Dich beten sie nicht an, aber mich. Warum? Hast du dich rot angepinselt? Aber du siehst nicht so aus, als du hast... Ja, du bist rot wie ich. Yay. Yay. Oh man, das ist... Cassie hat eine Glatze. Ihr seht beide gleich aus, das ist so... Äh, Melvin, du siehst aus wie ich nur. Beide rot. Warte, ihr müsst euch bitte nebeneinander stellen. Du, ich geh jetzt nach Hause. Ach man. Ich liebe gar nicht die Chance. Doch, zu Hause. Geil. Lauf, lauf, lauf. Lauf nach Hause, lauf. Lauf, Schweinchen, lauf. Ich will keine Ausdauer mehr. Warum? Weiß es nicht. Ich auch nicht. Melvin, hinter dir. Hinter dir, Melvin. Darauf. Fällst du immer wieder drauf rein. Ja, ich weiß auch nicht, wieso. Melvin, hier ist ein Loch. Spreng mal in die Luft. Okay. Warte mal, welche Hütte waren das? Ach, ist schon offen. Leute, ich kann hier nichts rausholen. Die ist bei mir. Ist das bei dir offen oder zu? Offen. Bei mir auch und ich kann nichts rausholen. Aber ich habe da alte Pistolenteil 6 von 8. Ich habe gar nichts. Nee. Nein. Ja, egal. Dann in der zweiten Staffel. Da lege ich dann richtig los. Das ist dann, wo wir alle die Kässe jagen. Ja. Das heißt dann, äh... 9 gegen 1. Genau. Tyrogs Muster müsste das unter 5 gegen Willi kennen. Hm? Genau. Vor allem der Tyrogs schleppt auch erst mal eben mit sich rum. Ja, als Souvenir oder wie nennt man... Na, ich... beschenke das dann jemanden. Kriegt dann jemand in sein Haus gelegt von meinen Pümpern. Was hast du vorher gemeint? Ich habe es gerade noch so reingeschafft. Ach so. Cassis Pümperfreund. Habe ich eigentlich eine Glatze? Ja. Ja. Ich sage... Könnt ihr euch mal kurz... Wir sehen, wir sehen alle gleich aus. Das ist ja das Problem. Ja. Wir sind irgendwie vierlinge. Wobei, warte mal, guck mich mal an. Doch, du bist weiß unter der roten Farbe. Ja. Das ist so... Du Fake. Ach toll. Gerade, wo Tyrogs weggelaufen ist, konnte ich einen Screen machen. Na, ich muss jetzt eh speichern. Ach so. Ja, dann mach das. Oh, wir haben es eh schon drehen, zwanzig Uhr. Ja, das ging schnell rum. Schnell wie? Ja, wir haben es schon drehen, zwanzig. Ich fische. Schnell. Ja, ich kann den Server gerne noch eine halbe Stunde anlassen, Tyrogs. Ja. Ja, ich weiß nicht. Ja, okay. Cassi bleibt ja auch noch die halbe Stunde da. Ja.